Hallo ihr Lieben, ihr könnt bei uns wieder gewinnen und zwar eine Partybrätsel für 6 bis 8 Leute und wie ihr gewinnt, das ist der Forzier am Ende des Videos. Das ist quasi ein Schumacher. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 lassen. Wir verlinken es oben im Link von Compu. Genau. Wir wünschen euch allen viel Glück und bis zur nächsten Folge. Genau. Tschau. Tschüss.